Weshalb kaum eine Frau auf dich Bock hat, obwohl du dir eigentlich Mühe gibst. Viel zu viele Männer beschweren sich und sagen, hey, ich spreche so viele an, aber die Ausbeute ist viel zu gering, das lohnt sich nicht, ich weiß nicht, was ich falsch mache, das kann doch nicht sein. Manche verfallen dann auch in Resignation und sind frustriert und machen gar nichts mehr. Und manche schreiben ja auch unter den Kommentaren und sagen, hey, hier, ich spreche so viele Frauen an, aber irgendwie kriege ich keine Dates oder ganz selten, dass immer was rumspringt. Wie kann das sein? Zunächst einmal musst du dir klar darüber sein, egal wo du Frauen kennenlernst, es wird nie eine 100% Trefferquote geben, außer zufällig sprichst du mal eine an und genau diese eine Frau steht auf dich und dann läuft es gut, du kommst mit ihr in eine Beziehung, du hast sie vielleicht in der Schule noch damals kennengelernt, später habt ihr geheiratet und seid zusammengekommen, irgendwann bist du dann wieder getrennt gewesen und fragst dich, warum auf einmal das so viel schwerer ist. Auch ich, ab und zu spreche ich mal eine an und die, die ich anspreche, die erste am Tag geht direkt mit mir nach Hause, aber das ist nicht die Regel. Also das heißt, deine Quote, wenn du das öfter machst, wenn du öfter Frauen ansprichst und rausgehst, wird immer nie 100% sein. Das ist ein ganz normales Trichtersystem, das heißt, du musst so und so viele ansprechen, davon hast du dann weniger Nummern, weniger kommen Dates rum und noch weniger, mit denen wirst du Sex haben und wenn du noch sehr unerfahren bist, dann wird der Trichter sehr breit sein, das heißt, du musst viel mehr Energie reinstecken, viel mehr ansprechen, viel mehr Nummern bekommen, viel mehr Dates haben, bis das, was dann am Ende rauskommt und wenn du etwas erfahrener bist, wirst du nicht mehr ganz so viele ansprechen müssen und die Quote ist viel besser, es sagen weniger Frauen die Dates ab und unterm Strich, ja, musst du weniger Arbeit reinstecken, als das, was am Anfang noch war, aber gewöhn dich daran, dass du, wenn du vor allem mehrere Frauen kennenlernen wirst, nie eine 100%-Quote haben wirst. Das ist erstmal vorweg gesagt und warum kommt es dir vor allem durch das Ansprechen so vor, als würdest du nur Ablehnung bekommen? Weil du es im Online-Dating nicht siehst, denn die ganzen Frauen, denen du dein Bild angezeigt wird und die dich einfach wegwischen, das siehst du ja nicht. Oder auch die Matches, wenn du nach rechts wischst und das, was nicht zustande kommt, das nimmt dich ja auch nicht so mit, sondern es ist einfach, es erfordert dir weniger Mühe, weil die Überwindung geringer ist, aber im Prinzip ist es genau das Gleiche und genauso, wenn du in den Club gehst, das ist ja auch so, da wird auch nicht jede Frau zu dir Ja und Amen sagen und wenn mal im sozialen Kreis du eine kennenlernst oder in, was weiß ich, in der Arbeit, hast du mal eine kennengelernt, das lief gut und ihr seid dann vielleicht zusammengekommen oder im Bett gelandet, kann das schon sein, aber ganz ehrlich, wie oft passiert das? Dann flirtest du ein bisschen mit deiner Arbeitskollegin und das klappt, aber dann hast du alle zwei, drei Jahre mal eine Frau an deiner Seite und die ist vielleicht halbwegs okay, aber auch nicht so das Wahre. Wenn du vor allem mehr Erfahrung sammeln willst, wenn du mehr Frauen kennenlernen möchtest, dann wirst du immer Ablehnung bekommen, ob im Online-Dating, ob im sozialen Kreis, ob im Club oder auch tagsüber. Und tagsüber kommt noch der Faktor hinzu, dass das nicht vorgefiltert ist. Wenn du jetzt auf eine Single-Party gehst, Extrems Beispiel, sind alle Frauen Single in der Regel. Dafür sind die auch eher in der Regel nicht so die Frauen, die man haben will, weil die nicht so gut aussehen. Dann hast du noch viele Männer, mit denen du konkurrieren musst, um die paar wenigen Frauen, die dann gut aussehen. Und im Club zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Also darfst du als allererstes gar nicht so viel den Fokus auf die Quote legen, vor allem am Anfang nicht, sondern einfach das als Übung betrachten, als Spaß. Hey, ich spreche an, ich mache das, um mich zu verbessern, um mich meinen Ängsten zu stellen. Und du musst dem Prozess vertrauen. Je öfter du ansprichst, je länger du dabei bist, mehrere Wochen, mehrere Monate oder von mir aus mehrere Jahre, wirst du automatisch mehr Dates und mehr Sex an Land ziehen. Das ist ganz klar. Nur, du musst damit lernen, auch Spaß zu haben. Weil vor allem auch, wenn du keinen Spaß hast beim Ansprechen oder auch keinen Spaß hast beim Flirten oder auf den Dates, dann werden die Frauen in der Regel auch keinen Spaß haben, mit dir Zeit zu verbringen. Und dann ist es ja ganz natürlich, dass die Quote schlechter sein wird. Warum? Weil du denkst, okay, jetzt muss ich mit der Reden oder okay, jetzt muss ich wieder ansprechen. Ich habe eigentlich gar keinen Bock. Ich will jetzt eigentlich nur Sex haben. Aber das ist die falsche Einstellung. Wir sind alles Männer. Wir wollen alle unsere Gene so weit wie möglich streuen und wollen Spaß haben mit verschiedensten Frauen. Aber dennoch musst du lernen, mit der zwischenmenschlichen Interaktion, mit der Frau auch zu genießen. Und wenn du das gelernt hast, dann wird es dich gar nicht juken, weil du weißt, hey, die wird wahrscheinlich eh vergeben sein oder wird nichts draus werden. Aber ich mache das. Das macht Spaß. Unverbindlich flirten. Also jedes Mal, wenn ich eine Frau anspreche, geht es mir zumindest so. Ich freue mich, dass ich es geschafft habe. Und wenn ich ein bisschen mit dir unverbindlich flirte, umso besser. Es gibt mir ein gutes Gefühl. Und wenn darüber hinaus ich was entwickle, dann sage ich da auch nicht nein. Aber es gibt natürlich auch mehrere Punkte, unabhängig von der Übung, wie lange du dabei bist, die deine Quote beeinflussen. Der erste Punkt ist einfach, du siehst scheiße aus. Wenn du scheiße aussiehst, dann ist es einfach so. Dann wirst du merken, okay, viele Frauen lehnen dich ab wegen deinem äußeren Erscheinungsbild. Und ich bin nicht so, zu jedem Topf gibt es einen passenden Deckel. Dann findest du auch eine Frau, die scheiße aussieht und gut ist. Aber ganz ehrlich, die allerwenigsten Männer sehen scheiße aus. Ich habe schon mehrere tausend Männer gecoacht. Und die sahen entweder leicht überdurchschnittlich aus, leicht unterdurchschnittlich. Und viele waren so ganz normal. Und das reicht auch. Stell dir vor, du bist total ungepflegt. Dann ist das schon ein Ausschlusskriterium. Daran solltest du arbeiten. Solltest du regelmäßig deine Zähne putzen, regelmäßig dich duschen, zum Friseur gehen und so weiter. Keine ausgewaschenen T-Shirts tragen. Das sind so die Basics. Und wenn du merkst, hey, das mache ich doch sowieso schon. Passt. Dann kümmere dich darum. Gar nicht mehr schau, dass du regelmäßig zum Friseur gehst, ein bisschen Sport treibst und gut isst. Denn alles andere kannst du nicht mehr großartig beeinflussen. Und du vergisst auch dabei, dass für uns Männer das Aussehen bei einer Frau viel wichtiger ist als umgedreht. Ich würde nicht sagen, dass eine Frau überhaupt nicht aufs Aussehen achtet. Aber die Frauen sind verschieden. Der eine ist das Aussehen wichtiger bei dem Mann, bei der anderen weniger. Und es fällt nicht so sehr ins Gewicht, wie umgedreht bei uns Männern das Aussehen der Frau. Warum? Weil es gibt einfach andere Dinge, mit denen Männer glänzen müssen. Vor allem ist es seine Leistung, dass er selbstbewusst ist, dass er zuverlässig ist, dass er was erreichen kann, dass er dominant auftritt. Das sind alles verschiedene Eigenschaften, die viel interessanter für die Frau sind. Und wenn du jetzt darüber hinaus ein Schönling bist, na gut, dann umso besser. Aber es ist dir nicht unbedingt dabei geholfen. Glaub nicht, dass die Schönlinge unter uns, die so richtig gut aussehen, dass sie leichte Karten haben. Denn im Gegenteil, auch die Teilnehmer, die Paar, die wir hatten, die als Models gearbeitet haben und zu mir ins Training gekommen sind, waren in der Regel eher so ein bisschen weiche Männer, so ein bisschen weich gespürt. Warum? Weil sie es im Leben nie so schwer hatten, weil sie immer gute Reaktionen bekommen haben, ob jetzt im Arbeitsumfeld, in der Schule oder auch bei Frauen. Aber dadurch, dass sie immer wieder was zugeworfen bekommen haben, eben auch Frauen, haben die sich nie richtig angestrengt, mussten sich nie richtig durchbeißen. Und das hat sie weich und fragil gemacht und anfälliger auch für Ablehnung, weil sie es einfach nicht so oft in ihrem Leben erfahren haben. Und warum kommen die trotzdem? Weil sie sagen, es ist ja nett, dass ich immer wieder mal Aufmerksamkeit auf mich ziehe, aber ich kriege nicht wirklich die Frauen, die ich will. Und das liegt eben daran, weil sie in ihrer Komfortzone sind und einfach immer das genommen haben, was sie wollen. Und wenn du grundsätzlich eher durchschnittlich aussiehst oder vielleicht leicht unterdurchschnittlich, vielleicht ein bisschen besser auch von mir aus, dann musst du ja viel mehr dich ins Zeug legen, um allgemein, also du glänzt viel mehr mit deiner Leistung, mit deinem Durchhaltevermögen, weil dir nicht alles geschenkt wird und du mit einem Silberlöffel im Mund geboren wurdest. Von daher glaube ich, dass es die Schölinge immer so leicht haben, die haben es vielleicht, die Verpackung ist da, aber innerlich fehlt es da sehr oft, weil sie einfach nicht so eine Charakterstärke, so ein Durchhaltevermögen entwickelt haben im Laufe der Jahre, weil sie es einfach nicht mussten. Aber jetzt, wenn sie mal ein bisschen mehr wollen, bessere Frauen, schönere Frauen, dann ist das wieder ein Nachteil, weil sie sich nicht richtig ins Zeug legen mussten und nicht richtig mit Ablehnung gelernt haben, umzugehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass du ein Durchschnittstyp bist, dass du gepflegt bist, dann kann es durchaus auch an deinen Flirt- und Verfügungsfähigkeiten liegen. Es kann sein, dass du die Frau auch irgendwo auskrebst, sei es direkt beim Ansprechen, dass die sich total erschrickt und dann zumacht, sei es, dass du irgendwas komisches schreibst, sei es, dass du dich auf einem Date komisch verhältst oder einfach nicht flirten kannst, selbst wenn du sie normal angesprochen hast, smooth, und die freust du über das Kompliment und die danach merkt, ey, der Typ, der kann nicht reden oder der ist irgendwie komisch, dann wird es leider auch nicht. Das musst du dir natürlich auch vergegenwärtigen. Und vielen Männern ist es gar nicht bewusst, dass die die Frau auscreepen, die denken, oh, ich habe doch alles gut gemacht, oh, die hat sich ja mit mir unterhalten, aber checken einfach nicht, dass ihr Verhalten die Frau wieder abgestoßen hat. Und da solltest du einfach mal in die Reflexion gehen, überlegen, hey, habe ich wirklich alles richtig gemacht? Hätte ich nicht vielleicht hier und da ein bisschen was anders schreiben sollen, nicht vielleicht zu sexuell? Oder hätte ich vielleicht beim Kennenlernen, beim Ansprechen ein bisschen über andere Themen reden sollen oder ein bisschen mit mehr Herzlichkeit und Lockerheit an die Sache herangehen können? Das sind alles Dinge, über die du dir Gedanken machen kannst. Und das sind auch Sachen, die man konkret auch trainieren kann. Viele Männer unterschätzen auch die Vorauswahl, denn wenn sie es gelernt haben, erst mal jederzeit Frauen anzusprechen, die ihnen gefallen, dann denken die, okay, jetzt spreche ich einen nach der anderen an und dann läuft das. Aber meine Quote hat sich massiv verbessert, als ich angefangen habe, eine Vorauswahl zu treffen, indem ich nicht einfach jede x-beliebige Frau, die mir vor die Flinte springt, anspreche, sondern einfach mal bewusst gucke, welche Frau hat Zeit, welche ist ein bisschen entspannt. Wenn die sehr gut aussieht, natürlich, wenn sie es eilig hat, spreche ich sie trotzdem an. Aber ansonsten gucke ich einfach mal, wo denn mehr Frauen sind, die Zeit haben. Wenn die gleiche Frau im Park chillt und ihren Cocktail genießt in einer Strandbar irgendwo, im Vergleich zu, wenn sie mitten in der Woche von A nach B hetzt, ist ja klar, dass die Reaktion nicht unbedingt die gleiche sein wird, dass eher schlechter dann reagieren wird auf dich. Und so kannst du das auch ein bisschen besser steuern, wenn du dich mehr auf Frauen konzentrierst, die Zeit haben, die entspannt sind, die du in Klamottenläden, in Bücherläden, in der S-Bahn von mir aus auch ansprichst, wirst du sehen, dass da die Resonanz viel besser ist und du viel weniger ansprechen musst, bis was rumkommt. Natürlich, wenn du ein Anfänger bist und noch starke Ansprechängste hast und erstmal das dein Fokus ist, deine Ansprechängste zu reduzieren, spreche einfach alles an, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, aber dann beschwere dich auch bitte nicht, dass deine Quote etwas schlechter sein wird, weil du eben auch viele Frauen ansprichst, die gar keine Zeit haben. Und wenn du etwas erfahrener bist, dann kannst du sie noch ins Gespräch verwickeln. Würde auch nicht bei jeder klappen, aber bei mehr. Und da kann sich dann auch was daraus entwickeln. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann, sag mal, du sprichst schon regelmäßiger an, du würdest auch gerne mehr als nur ansprechen, sondern auch mehr Frauen daten. Dann triff eine Vorauswahl, sprich nicht alle Frauen an, die du gerade siehst, sondern konzentriere dich vor allem auf die Frauen, die auch tatsächlich Zeit mitbringen. Jetzt, wo du verstanden hast, dass du so oder so abgelehnt wirst, ob im Club, ob im Online-Dating, ob tagsüber, selbst auf Single-Partys oder was weiß ich, wenn du im sozialen Kreis bist, da wirst du sicherlich auch abgelehnt, aber da wirst du auch wesentlich weniger wagen. Und wenn du mal sich was ergibt, ergibt sich was, aber dann nur alle paar Jahre. Wenn du es verstanden hast, dass du sagst, hey, ich will an mir arbeiten, ich will mich persönlich entwickeln, ich will auch mehr als nur diese eine Frau haben, sondern bessere Frauen bekommen und regelmäßiger Sex mit verschiedenen Frauen haben, dann hör auf, rumzujammern und zieh die Sache einfach durch. Damals, als ich angefangen habe, habe ich viele hunderte Frauen angesprochen, bis mal erstmal was Gescheites rumkam, die ersten Nummern, die ersten Dates. Und mittlerweile ist es ganz anders. Mittlerweile spreche ich nur ein paar an, viel, viel, viel weniger als früher. Und es kommt trotzdem viel mehr rum. Manchmal habe ich das Problem, wie auch vorhin zum Beispiel, ich habe gestern fünf Frauen angesprochen, davon zwei Nummern bekommen. Und eine davon, die wollte ich heute treffen, aber die hat jetzt herausgefunden, oh, du bist der böse Don John. Dann hat sie gleich mir einen Zeitungsartikel von mir geschickt und so weiter und so fort. Und das ist eher mein Problem heutzutage. Also, flirten funktioniert gut, ich beherrsche die Sache, nur die eine oder andere Frau ist vielleicht nicht so gut, auf mich zu sprechen, aber das habe ich mir das Schicksal so ausgesucht. Im Umkehrschluss, da ich so polarisiere, gibt es auch Frauen, die genau, weil ich so bin, wie ich bin, mich kennenlernen wollen. Und andere, die dann sagen, oh nee, wenn du so jemand bist, dann will ich nichts mit dir zu tun haben, wenn du so ein Player bist, bist du ein kleiner, böser Herzensbrecher. Aber bis zu einem gewissen Grad kann es jeder lernen. Und vielleicht kannst du sogar noch besser werden als ich, weil du kannst unter dem Radar spielen. Bei mir springt immer mal hier und da eine ab, auch wenn ich natürlich regelmäßig neue Frauen kennenlerne. Trotzdem springt hier und da mal eine ab, weil ich einfach denen zu krass bin. Was du ja nicht hast, weil du unter dem Radar spielst. Von daher ermutige ich dich, rauszugehen, neue Frauen kennenzulernen, Spaß zu haben. Und wenn du dich fragt, ob du mich kennst, dann sagst du, Don John, hab noch nie gehört, keine Ahnung, wer das ist. Und damit wirst du auf jeden Fall in Zukunft mehr Erfolg haben. Wenn du sagst, klingt gut, aber ich fühle mich trotzdem alleine, ich spreche schon Frauen an oder ich traue mich einfach nicht, die anzusprechen, weil ich einfach gehemmt bin, würde aber gerne mal Frauen kennenlernen, dann kann ich dich auch dabei unterstützen. Unter dem Video findet ihr einen Link zum kostenlosen Erstgespräch oder oben rechts bei dem i. Da klickst du einfach drauf, schickst du Bewerbungen ab und ich melde mich innerhalb der nächsten sieben Tage bei dir. Wir erstellen einen Schritt-für-Schritt-Plan. Ich zeige dir, wie du dieses erfüllte Sex und Dating erreichen kannst, was du dir wirklich wünschst und Bock hast. Dann setzen wir das auch gemeinsam um. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Dann einfache ich dir, Vielen Dank.